Ähm, wir haben ein Problem. Sofort alle Panzer zurück zur Hauptstadt. Die Hauptstadt wird angegriffen. Wir sind ja jetzt offiziell seit kurzem eine kleine Zivilisation und damit brauchen wir eigentlich auch das, was jede andere Zivilisation hat. Und zwar brauchen wir ein grundsätzendes Regelwerk. In unserem Falle ist das nun eine Verfassung. Frank, haben wir schon eine Verfassung aufgesetzt? Do you honestly think you're fucking funny? Seriously? You're a fucking ugly little cunt mate? Wenn jemand ein Beispiel will, wie diese Zivilisation hier läuft. Ich habe gerade gefragt, ob wir schon eine Verfassung haben und mir wurde gesagt, wenn ich nicht sofort aufhöre zu fragen, dann werde ich vom Panzer überfahren. Ich liebe diese Leute hier. Hey Freunde, mein Name ist Stefan und willkommen zurück zu Spor und willkommen zurück in dem großen Pyfania. Wie es da steht und wie es strahlt, nur bestehend aus einem Rathaus. Aber das muss ich schnellstmöglich beheben, denn die Konkurrenz schläft nicht und irgendwann wird es ja andere Städte geben. Und dann muss ich bereit sein. Ich habe das Ziel, designe eine profitable Stadt. Ich bin sehr gespannt, wie das funktioniert. Das war hier, ne? Stadtplaner. Genau. Diese Registerkarten helfen dir bei der Bedienung des Stadtplaners. Kaufe Fahrzeuge, Gebäude oder öffentliche Objekte. Erstelle eine Hymne oder rüste deine Bürger aus. Ich kann eine Hymne erstellen. Okay, das ist cool. Äh, Gebäude. Ein Haus. Einfach nur ein Haus. Ein Wohnhaus in dem Fall. Erhöht die Stadtbevölkerung. Okay. Okay. Unterhaltung. Fabrik. Oder ein Geschütz. Verbessert die Verteidigung. Davon brauche ich viele, weil, äh, ich glaube, die Art, wie unsere Zivilisation funktioniert, dass wir alles überrennen, was nicht mit uns kooperiert, ich glaube, das sorgt nicht für so viele Freunde. Ich bin sehr gespannt, wohin das noch führen wird. Alternative auch Fahrzeuge. Wie zum Beispiel das militärische Landfahrzeug, den Päffernmark 3, habe ich ihn glaubt genannt. Äh, es gibt dann noch die Dekoration. Und hier den Hymnen-Komposer. Ah ja. Da muss ich dann mich immer mal reinsetzen. Das sieht sehr komplex aus. Ich fahre mal an mit einem Haus. Rathaus, nicht das. Normales Haus. Will ich das draufstecken? Ach so, ich kann das nicht mal platzieren, dass... Ich muss das bauen. Ich wollte gerade sagen, ich kann das nicht platzieren, sondern ich... Das wird einfach unselbst platziert. Aber nein, ich muss das konstruieren. Du kannst mich das nicht machen lassen, Spiel. Ich muss das jetzt alles selber bauen. Das ist ein Witz. Okay, ich würde einfach mal sagen, ich lasse das so. Es ist nicht sonderlich spektakulär und das Dach ist irgendwie auch ein bisschen krumm und schief. Aber hey, es ist ein Haus, man kann drin wohnen. Also, mehr können meine Leute nicht verlangen. Ich könnte sie jetzt noch benennen, aber mir gehen langsam die Wortspiele aus. Deswegen, keine Ahnung, ich lasse einfach mal Haus. Das ist halt irgendein x-beliebiges Haus. So. Wird das jetzt automatisch hingestellt oder muss ich das auch noch platzieren? Ich muss es auch noch platzieren. Okay. Ich mache mal hier ein Haus hin. Das ist größer als gedacht übrigens. Und zwar so rum, damit die Tür richtig ist. Oder hier hin. Ne, das geht nicht. Okay, hier. Und dann... Ah, ich kann es auch noch ausrichten. Okay, das geht. Dann mache ich es so, damit die Tür mit dem Weg übereinstimmt. Und dann würde ich sagen, wir fahren eine Runde und erobern Gewürzgeysire. Weil wegen Profit. Und so. Und wenn ich irgendeine Stadt mal nicht angreifen kann und ich die militärischen Mittel habe, um sie zu erobern, dann muss ich das halt anders machen, indem ich sie mir erkaufe. Okay, hier hinten ist noch einer. Ich fahre mal eine Runde dahin. Und da ist da hinten auch noch direkt einer. Das heißt, ich habe jetzt eigentlich... Ich sollte die Zeit jetzt nutzen, bis andere Städte entstehen. Weil noch sind das alles Dörfer, die mir absolut nichts können. Aber sobald es andere Städte sind, sind sie meine Konkurrenz. Also muss ich das Land erobern, solange es noch geht. Okay. Was jetzt? Entsteht eine Stadt. Ich wollte gerade sagen, das Spiel ist abgestürzt, aber nee. Es entsteht eine Stadt. Das ist echt ein hübsches Hauptgebäude. Hätte ich auch gerne. Hätte ich sowas auch bauen können. Wahrscheinlich schon. Okay. Das ist schick. Ein weiterer Stamm deiner Spezies hat auf dem Kontinent deine Stadt gerichtet. Solltest du sie erobern, solange sie noch schwach ist oder zum Verbündeten machen. Uh. Das sind deine einzigartigen... Was? Das sind die einzigartigen Superfähigkeiten deiner Nation. Ich kann heute nicht lesen. Wenn deine Nation wächst, werden sie von Bürgern entwickelt. Okay. Was habe ich aktuell? Ich habe aktuell Unverwundbarkeit. Mach deine Fahrzeuge vorübergehend unverwundbar. Okay. Und die sind mir aber noch friedlich gesonnen. Das heißt, ich könnte eigentlich... mit ihnen kooperieren. Oder? Das könnte ich machen. Vielleicht sollte ich das mal versuchen. Vielleicht ist es gar nicht so clever, immer drauf zu gehen. Wer weiß. Wie mache ich das? Da draufklicken. Kontakt. Geschenk erobern. Erstmal Kontakt herstellen. Keine Ahnung. Hi. Wozu bist du da? Unser Volk bewundert deine riesigen Ländereien. Das ist ein bisschen... Das sieht gerade aus wie Civilizations. Da gab es auch so ein Interface, wo man mit anderen kommunizieren kann. Dein Volk stammt von Weltraumschnecken ohne Gliedmach... Okay. Oder auch vielleicht... Ich wollte gerade sagen, das ist eine furchtbare Beleidigung. Vielleicht ist es auch keine. Wir sind ein krierischer Stamm. Also ist sowas bei uns wahrscheinlich der gute Ton. Willkommen und bringen Geschenke. Nimmst du sie an? Ist das hier vielleicht so ein bisschen unterschwellig? Unser Volk bewundert deine riesigen Ländereien. Wäre doch echt schade, wenn denen was passieren würde. Wäre doch echt schade, wenn sie jemand angreifen würde. Das hat irgendwie diesen Unterton. Komm, ich versuche es mal mit einem Geschenk. Mit einem netten. Nimmst du sie an? Ja, bitte. Danke schon mal. Ich gebe dir 1000 Spordollar. Keine Ahnung. Tja, ich habe mich... Was? Ich habe mich immer auf die Freundlichkeit von Fremden verlassen. Mit Vergnügen. Okay. Wie oft muss ich das jetzt machen, bis sie zu mir gehört? Ich habe keine Ahnung. Soll ich mal ein Unterhaltungsgebäude designen? Könnte ich machen. Ähm. Kann ich nicht auch bitte aus vorgefertigten wählen? Nein. Gibt es keinen Randomize-Button? Ich hätte echt gern aus vorgefertigten. Aber nee. Ist das Unterhaltung genug? Ich weiß es nicht genau. Was hat einen Scheinwerfer und es hat ein Schild und es hat ein Leuchtdinger? Also es sieht zumindest aus wie ein Unterhaltungsgebäude. Also ist es ein Unterhaltungsgebäude? Ähm. Das ist... Keine Ahnung. Ich kann Spiele nicht schreiben. Oh Gott. Das ist eine Spielhalle. So sieht es zumindest aus. Das erinnert mich daran. Also ist es eine Spielhalle. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen, wo das hinführt. Ähm. Unterhaltung. Das... Okay. Die hängen so zusammen. Da muss ich mir jetzt überlegen, wie ich das mache. Okay. Okay. Dann mache ich das aber so. Da muss ich mir jetzt echt überlegen, wie ich das mache. Wie ich das platziere. Und dann... Wo ist die Tür? Die Tür ist hier. Dann direkt so, dass man hier reinlaufen kann. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Boom. So. Okay. Die Stadt feiert und erwirtschaftet mehr Einkommen. Yay. Eine Fabrik. Design eine neue Fabrik. Erhöht das Einkommen. Senkt aber die Zufriedenheit. Aber ich habe was für Zufriedenheit gebaut. Also müsste ja eigentlich alles in Ordnung sein. Jetzt kann ich noch mal ein Gebäude konstruieren. Wird es eine Toasterfabrik? Komm. Es wird eine Toasterfabrik. Die Fabrik sieht aus wie ein Toaster. Und wir stellen Toaster her. Ähm. Die Päffern GmbH... Stell es... Ne. Fabriken haben Flachdächer. Die Päffern GmbH stellt seit Ewigkeiten die besten Toaster her. Und auch die Toaster, die dann aus dieser Fabrik rauskommen, haben auch alle so ein Hütchen oben drauf. Ähm. Das ist einfach ein Zeichen der Qualität. Also, wenn jemals einer einen Toaster braucht, einfach anfragen. Wir haben die besten. Definitiv. Meine sehr verehrten Bürger von nah und fern, kommen Sie in meine Stadt oder arbeiten Sie in meiner Fabrik. Wir nennen diese Fabrik nur... Der... Ich kann nicht tippen. Wir nennen diese Fabrik nur... Epische Pause. Der Toaster. Und im Toaster... Bauen wir Toaster. Es sieht jetzt nicht mehr aus wie ein Toaster, weil ich es in die Länge gezogen habe und in die Breite. Aber ist ja egal. Äh, Fabrik. Hier. Okay, das wirkt aber nur, wenn es dann mit anderen verbunden ist. Solange es einzeln steht, ist alles gut. Solange es allein steht, ist alles gut. Richtig? Ich weiß nicht. Ich baue die Fabrik hier hin. Und dann... Wo ist meine Tür? Hier ist die Tür. Ich würde gern... Äh. Äh. So. Wo ist der Weg? Ich sehe... Komm, da mache ich direkt den Eingang zum Rathaus hin. Keine Ahnung. Das ist jetzt die Fabrik. Okay. Ich habe jetzt alles gebaut, was man bauen kann. Damit ist das fertig. Die obere, eine feindliche Stadt. Jetzt nur mal so zum Vergleich. Guckt ihr mal diese Stadt an, wo Brunnen außenrum sind und schöne Häuser. Und dann guckt ihr meine Stadt an, die, keine Ahnung, aussieht wie aus einem Lego-Baukasten und irgendwie komplett farblos ist. Ich weiß es nicht. Äh, komm, noch einen. Er fordert mal Häuser. Ich kann keine mehr bauen. Das heißt, ich wähle jetzt die alle mal aus und gucke, was passiert. Ich fahre jetzt einfach mal dahin. Wir schießen gerade sowieso da drauf. Da kann ich ja mithelfen. Da kann ich ja mithelfen eigentlich, oder? Können wir, Leute, können wir Freunde sein? Oder schießen die dann sofort auf mich, wenn ich jetzt komme? Ich weiß es nicht. Aber ich habe meine Panzer noch nie in Aktion gesehen. Wir werden sehen, wie das jetzt läuft. Kann ich mich mit denen verbünden und quasi auf diese Stadt schießen? Und dann gewinne ich. Ich weiß es nicht, wie es funktioniert. Wir werden sehen, wie es läuft. Ich habe einfach mal draufgekriegt auf Erobern. Keine Ahnung, was jetzt passiert. Wir schießen zusammen da drauf. Mal schauen, wie es dann am Ende gehört. Wahrscheinlich dem, der den letzten Treffer landet, ne? So wird es wahrscheinlich laufen. Wo ist eigentlich... Es fehlt da noch ein Panzer. Es fehlen mehrere Panzer. Wo sind die? Ah, die kommen hier unten. Okay. Äh, irgendwie funktioniert das nicht so, wie ich dachte. Die Leiste da oben geht zwar voller, aber geht dann wieder zurück. Ist es, weil zwei auf eine Stadt schießen? Ich weiß es nicht. Jede Nation mit mehreren Städten erscheint in deinem Kommunikationsmenü. Wenn die Maus über das Symbol an der Zunge ist, siehst du eine Stunde. Okay. Das... Wirklich? Wirklich, du verlangst jetzt Geld. Soll ich ihn auszahlen? Es wird Zeit, dass du uns respektierst. Wir verlangen 2600 Spordollars. Ich lebe es dir. Ich lebe es dir. Aber vielleicht schieße ich gleich auf deine Panzer, weil ich die Stadt nicht einnehmen kann. Nimm es ein Stückchen. So. Das geht aber nicht. Guck, der Balken geht immer wieder zurück. Weil zwei auf dieselbe Stadt schießen, korrekt? Ich weiß es nicht. Soll ich auf ihre Panzer schießen? Okay, fuck it. Ich greife die gelben Panzer an. Mal schauen, was passiert. Das wird denen nicht gefallen. Die nehmen jetzt aber die Stadt ein. Jetzt nehmen die die Stadt ein. Und ich kann nicht gegenhalten. Das ist doch... Warte mal, warte mal. Ich stelle mal zwei Panzer dazu ab, nur auf die anderen Panzer zu schießen. Ich habe keine Ahnung, was gerade passiert ist. Aber ich glaube, wir kämpfen gerade um die Kontrolle über diese Stadt. Jetzt gehört sie ihnen. Klasse. Können wir direkt... Ah, nee, Quatsch. Die anderen Panzer müssen weg. Die anderen Panzer müssen weg. Ich wollte gerade sagen, könnten wir sie direkt kontererobern, aber das geht nicht, weil die anderen Panzer noch im Weg sind. Und ich verliere rapide an Einheit. Einheiten. Klasse. Ich habe nicht die militärische Stärke dazu. Noch nicht. Vielleicht doch. Warte, ich brauche... Wir brauchen... Wir brauchen hier... Äh, mehr Panzer. Alles, was ihr habt. Was? Gewürzbautilme wird angegriffen. Schön. Ich habe andere Probleme gerade aktuell, ob man es glaubt oder nicht. Auf mich wird geschossen. Was ist jetzt los? Ich habe gerade einen Krieg zu führen. Damit unsere Städte wachsen, muss unsere Wirtschaft wachsen. Wir möchten eine Handelsroute mit Stachlitzstadt einrichten. Okay. Okay. Von mir aus. Einverstanden. Ja, ist egal. Ich habe gerade ganz andere Sachen zu tun. Wir haben kleinere Schwierigkeiten hier hinten. Der Planet zittert vor unserer mächtigen Flotte. Du wirst nicht überleben. Bereite dich auf Krieg. Was auch immer du sagst. Ich habe dich nicht gehört. Die Verbindung bricht ab. Und so. Okay. Zwei Geschütze jetzt. Wirklich. Das eine muss weg, bevor ich mich um das andere kümmern kann. Ich kann die Einheiten nicht aufteilen. Sonst werden wir, glaube ich, noch schneller zerlegt. Ich muss mich erst auf eins konzentrieren. Hier kommt noch ein gelber Panzer, weil natürlich. Wie viele von euch gibt es? Die haben da hinten übrigens gerade eben, glaube ich, noch eine Stadt eingenommen. Also wird das langsam aber sicher sehr unbequem. Finde ich nicht schön. So. Noch mehr gelbe Panzer. Das Geschütze muss weg. Das Geschütze muss zuerst weg. Das hier macht Schaden ohne Ende. Und dann muss ich gleich wieder Panzer bauen. Das ist ja unglaublich. Komm, ich baue nochmal zwei. Jawohl. Das ist, was ich sehen will. Wir haben es fast. Yes. Die Stadt gehört uns. Sie haben aufgegeben. Nice. Ich habe eine weitere Stadt. Das heißt, ich kriege wahrscheinlich auch mehr Einkommen jetzt. Gebt auf. Bedingungslose Kapitulation. Und sie sind jetzt alle grün. Denn sie gehören zu mir. Und gemeinsam werden wir uns von den Gelben lösen. Denn die Gelben sind das Problem dieses Planeten. Sie führen Krieg, wo kein Krieg geführt wird. Eigentlich rede ich gerade von mir. Äh, du hast diese militärische Stadt mit militärischen Mitteln erobert. Sie bleibt eine militärische Stadt. Nein, echt? Okay. Cool. Nice. Wir können deine Hilfe brauchen. Könntest du Gelb Nationen den Krieg erklären? Äh, was? Wir sind doch schon im Kriegszustand. Warum fragst du? Ähm, wenn ihr noch 2000 Spordollars drauf... Nein, das... Nein, das mache ich nicht. Ich würde niemals erpressen. Das ist... Technisch gesehen ist es fast Erpressung. Ähm, tut mir leid. Wir hatten das zum letzten Zeitpunkt nicht für klug. Natürlich, wir schließen... Wir schließen uns euch gerne an. Rot Nation. Gelb Nationen den Krieg erklären. Das habe ich doch schon längst getan, oder nicht? Oder nein, muss es noch... Gibt es sowas wie eine offizielle Kriegserklärung? Ab welchem Zeitpunkt sie auch auf meine Stadt drauf marschieren? Ich kann dir nicht behilflich sein, aktuell. Wir warten ab, wie sich die Fronten entwickeln. Das wird er hassen. Das hat er auch gehasst. Klasse. Okay, ich habe irgendwas gekriegt. Ein Flugzeug. Ne, ein Wasserfahrzeug. Baue und kaufe ein Wasserfahrzeug. Okay. Aber jetzt sollte ich erstmal diese Stadt hier ausbauen, weil der geht es ja aktuell nicht so gut. Was ich fast nicht kann, weil mir die Mittel dazu fehlen. Ähm, wir haben ein Problem. Sofort alle Panzer zurück zur Hauptstadt. Die Hauptstadt wird angegriffen. Und sie holen uns unseren Gewürzgeist. Ja, das ist mir jetzt erstmal egal. Wir haben ein Problem. Die Hauptstadt wird angegriffen. Du führst nicht den Krieg gegen Gelb. Das ist spektakulär und cool. Aber egal. Wir haben eine Attacke direkt an der Hauptstadt. Ich brauche sofort alle Einheiten an der Hauptstadt. Sie haben ein Haus zerstört. Würdet ihr bitte auf sie schießen, Leute? Leute? Die kommen jetzt alle erst. Es war nur ein Panzer hier, das hätte verteidigt. Müsst ihr erst um die ganze Stadt rumfahren? Ich bitte euch. Ich kann die Stadt nicht halten. Ich habe keine Panzer mehr dafür. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe keine Panzer mehr. Und ich kann noch nicht so schnell welche bauen. Das sind... Wie viele Panzer habt ihr denn? Ist das jetzt euer Ernst wirklich? Das... Ne, wir bleiben hier hinten. Ich kann diese Stadt nicht halten. Die Stadt hier ist nicht mehr zu verteidigen. Ich könnte jetzt Panzer weiter draufstecken, aber das macht keinen Sinn. Das verzögert das Unvermeidbare nur. Das ist jetzt deren Ernst. Fucking Gelb, Mann. Fucking Gelb. Ne, orange ist es ja. Ja, 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 ja. Die haben jetzt diese Stadt. Ich kann nichts machen. Oh mein Gott. Are you serious? Ist der andere wenigstens Schrott jetzt? Wenigstens hier ist alles gut. Wie mache ich das am besten? Wie mache ich das am besten? Und meinen Gewürzler, sie holen sie sich auch und ich kann nichts dagegen machen. Die fahren jetzt aber nicht direkt weiter. Das ist ein Joke jetzt. Ihr fahrt jetzt nicht direkt weiter. Ihr holt euch nicht direkt die nächste, aber dann habe ich verloren. Das... Wie mache ich das am besten? Wie halte ich gegen sowas stand? Ich weiß es nicht. Aber jetzt habe ich nur noch eine Stadt. Ich weiß nicht, wie ich gegen sowas gegenhalten soll. Ich habe keine Ahnung. Mehr Geschütze? Also erst sich nur um eine Stadt kümmern? Und dann erst... Ihr kommt jetzt nicht hierher! Nein! Guckt ihr das an! Ich kann nichts dagegen tun! Ist das euer Ernst? Ich habe verloren. Und das war's. Ich habe verloren. Ich konnte die Stadt nicht halten. Wie auch? Was hätte ich tun sollen? Habe ich mich mit jemandem angelegt, der zu stark für mich ist? Hätte ich nicht auf Gelb schießen sollen. Deine... Ja, 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 ja. Ich weiß. Reib es mir nicht noch rein. So, jetzt bin ich wieder hier. Beim letzten Mal, wo ich gespeichert habe. Und wir sind direkt noch im Krieg mit Orange. Ähm... Grenzen sind zu eng gesetzt. Du hast uns angegriffen. Kann ich das irgendwie wieder rausholen? Weil ich will keinen Krieg mehr führen. Das macht echt keinen Spaß. Also mit Stämmen war es noch lustig. Aber jetzt macht es überhaupt keinen Spaß mehr, Krieg zu führen. Ähm... Keine Ahnung. Nimm 1000 Spordollar. Ja, bitteschön. Können wir... Jetzt ist es ein bisschen besser. Können wir bitte nicht länger aufeinander schießen? Das fände ich ganz, ganz toll. Ich weite jetzt hier, bis ich genug Spordollar habe, um ihn auszuzahlen. Und dann mache ich irgendwas anderes. Weil das hier ist kein Weg. Das funktioniert nicht wirklich. Okay, mir ist gerade eine Sache aufgefallen. Und zwar wird es absolut Ewigkeiten dauern, sich den Frieden mit den orangenen Jungs zu erkaufen. Deswegen lasse ich es jetzt einfach mal so. Ich glaube nicht, dass die hierher kommen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit einen Turret gebaut. Und noch ein Haus. Und noch eine Fabrik, um hier mehr Umsatz rauszuholen. Und ja, ich glaube, ich wollte zu schnell zu viel. Und das wurde dann bestraft. Weil ich habe mich halt schon mit einer mächtigen Nation angelegt. Die haben halt ganze zwei Städte. Und damit sehr, sehr viele Fahrzeuge. Ich glaube, da kann ich noch nicht mithalten. Ich glaube, aktuell das Beste, was ich machen kann, ist hier zu bleiben. Keinerlei militärisch tätig zu werden. Weil das ist wahrscheinlich keine gute Idee. Und mit der Waldnation ist es, glaube ich, zu interagieren. Und vielleicht kann ich mich irgendwie in die Stadt einkaufen. Weil ich wurde gerade erst geschlagen. Ich habe nicht wieder Lust auf einen Angriff. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, habt ihr da. Und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Bis dahin, macht's gut. Und ciao. Ich will es ja eigentlich nicht sagen. Aber ich muss es sagen. Das hier ist die hässlichste Stadt, die ich jemals gesehen habe. Wow. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal.